Musik Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch Ich spiele die Map von, äh, äh, hier Timo M007 Ich hoffe ihr habt alle richtig gut gepennt und wunderschön geträumt Ich wünsche euch einen bombastischen Start in den Tag Und, äh, heute ist Party angesagt, weil heute ist Freitag, meine Freunde Ich hoffe ihr feiert das genauso wie ich Schreibt einfach mal Hashtag Party in die Kommentare Es ist Freitag, alles gechillt So, wir lesen mal hier Hey, ho Leute, herzlich willkommen zu Lucky Rush Oh, noch eine Lucky Rush Map mit dem Storm Hallo, mit den Troll und EM Lucky Blocks Viel Spaß und seid bombastisch, ja wunderbar, cool Da bin ich ja mal gespannt, was diese Map so mit sich bringt Und, äh, wir bauen uns direkt mal hier in die Mitte Hopp, 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 so Ihr, ähm, könnt mir ja wie immer Ich lese eure Kommentare so liebend gerne hier immer Oh, wartet, da steht ein Schild Nein, ich muss das Schild noch lesen Ja, ich wollte eh gerade zurückspringen Ähm, ich lese eure Kommentare unter diesen Guten Morgen Videos Richtig gerne, weil ihr da ziemlich viel immer schreibt Und so ausführlich Und ich bin mega interessiert, wie euer Tag so verwirrt Äh, du bist gleich in der Mitte Alles Klar Äh, nicht, wenn ich immer runterfalle Okay, jetzt lasse ich mich nicht mehr von diesem Schild ablenken Jetzt gehe ich einfach meinen Weg und spring Nein, Mann Lass mich jetzt in die Mitte Ich brauche die guten Lucky Blocks Ah So, so, okay Und, hopp, so, okay Jetzt habe ich es und Wui Alles klar, ich bin in der Mitte Ich bin vor Storm dort Alles klar Du hast Enderperlen aus den Trollblöcken bekommen Und willst schnell zu Storm Los Okay Okay Okay, das kriegen wir hin Wops Und Ich bin da Ich bin da Okay, gut Äh, such schnell die Wolle Was steht hier? Hier hast du schon gesucht Hä? Stimmt doch gar nicht Hä? Der Typ trollt mich, der die Map gebaut hat Ich war da noch gar nicht So, was ist hier? Da steckt bestimmt Storm drin Hier ist die Spawn Plattform von Storm Okay So Dann suchen wir doch jetzt mal die Wolle Äh Okay, dann muss ich wahrscheinlich hier entlang Ui So Okay, jetzt bin ich mega gespannt So Ui Jetzt habe ich natürlich wahrscheinlich gefällt Kann es sein Aber guckt man hier irgendwie Wow Okay Ähm Wir müssen hier irgendwie entlang Irgendwie oben Um So Hier lang So 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 Okay 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 Oh, da ist was Tipp Oh Oh Erstmal hier ein Checkpoint organisieren Und dann geht es hier einmal außenrum Und Da unten rein Noch ein Checkpoint Oh, das erinnert mich an die Map, die ich gestern gespielt habe Okay Sind wir hier Alles klar Wow Oh Gott Wie soll ich denn den Sprung schaffen So Okay, habe es geschafft Und Portal Ich schaffe das Ich schaffe das Ich schaffe das So Und Ja Portal Nice Oh, ein Quiz Was hat Basti neben seinem Bett? Amazon Echo oder sein PC? Hm 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 Ich schätze mal Das hier Meine Alexa Die weckt mich nämlich jeden Morgen Das finde ich so toll Ist Basti cool Oder bombastisch? Äh, was? Wup Wup Woh 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 Äh Ah Nein Stopp Hier Ja Da So Ich bin bombastisch Yeah Richtig Nice Welchen Spielmodus hat Basti erfunden? Lucky Rush oder Bad Wars? Bad Wars Da war ich auch involviert in die Entwicklung, Leute Das müsst ihr wissen Damals Damals 1912 Und Zwölfzig Hat Mein Vorfahre Ähm 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 Äh Dieter zockt Den Spielmodus Bad Wars entwickelt Der lag im Bett Und ähm Seine Äh Seine Geliebte lag Äh Ein Bett Äh Weiter Ein paar Ähm Ja Meter weiter Und äh Sie wollten zueinander kommen Und mussten irgendwie Die ganzen Möbel in der ganzen Wohnung verrücken Um äh Den Boden nicht zu berühren Weil der Boden war nämlich Lava Ähm Von Basti zockt Hab das jetzt erfunden Sag ich mal Aber zusammen mit dem It's Daraus war das Na Gut Ja Weltklasse Am Ende der Folge zeigt Basti noch die Map von oben Äh was Zeigt Basti die Map von oben Okay Wui Ja Mensch Okay Das sieht sehr interessant aus Wow Oh Gott Was sind hier für Sprünge drin Will er mich Er will mich umbringen Hä Ich kann die Map bewerten Ich kann die Map schon bewerten So ich fand sie gut So zack Okay Aber wir machen das jetzt mal so Ähm Dass ich die jetzt noch fix zu Ende spiele Obwohl ich fliegen könnte Oder Hä So Wow So Zack Okay Da ist eine Leiter dazwischen Die hab ich nicht gesehen Doch hab ich Natürlich so So alles Paletti Und Scheiße Äh Hi So okay Kriegen wir hin Wupp 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 So Und zack Zack Hä warum konnte ich die Map schon bewerten Kamisch Uiuiuiui Nun hat er seine Aufnahme beendet Und gibt in den Minecraft Chat Slash Stop ein Gehe an den Seiten raus Okay Okay Ich kann jetzt hier raus gehen Oh cool Äh Youtube.com Basti zockt Hashtag Team Baba Oh ja So sieht es wahrscheinlich aus Was sag mal hier Du warst mit dem Jump and Run Äh Das war es Also bitte fair bewerten Werde bombastisch Ich hab das ja schon bewert Ey wo waren die Kristalle Sag mal Okay Ah wenn ich einmal was fall Hä Oh nein Nein ich hätte hier nochmal raus gehen können In die Ecke In der Ecke auch Ne dann nicht Okay 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 Wo war der andere Kristall Hm Gute Frage Auf jeden Fall Meine Freunde Müsst ihr Hä Seht ihr das auch Ich seh nichts Ich bin unsichtbar Hä Ich bin Wenn ich F5 drücke Ich bin Hallo Hallo Warte Ich seh mich nicht mehr Ich bin unsichtbar Oh mein Gott Was ist hier los Egal Auf jeden Fall Sagt euch der Erfinder von Bad Wars Ähm Jetzt Äh Beziehungsweise der Nachkomme vom Erfinder von Bad Wars Jetzt Äh Tschüss Ich hoffe Dieses kleine Video hat euch unterhalten Wenn ja lasst einen Daumen nach oben da Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Tag Und ich hoffe ihr genießt das Ganze Und wir sehen uns dann wieder in den nächsten Videos Macht's gut bis dann Und Tschüss Outro